Vodafone bietet Ihnen immer eine effiziente, einfache und sichere Kommunikationslösung für Ihr Unternehmen an. Mit CompanyNet vernetzen wir alle Ihre Standorte, ob mobil, Homeoffice oder Ferialen, erfolgreich zu einer Einheit, auch international. Ihr Büro ist da, wo Sie sind. Dabei wird durch verschiedene Module für einen optimalen Schutz bei der Verbindung aller Standorte, auch unter der Nutzung unterschiedlichster Zugangstechniken wie zum Beispiel Festnetz, DSL, UMTS, ISDN, WLAN oder LTE gesorgt. Doch das Internetzeitalter fordert mehr Flexibilität und Mobilität der Unternehmen. Mitarbeiter auf Geschäftsreisen, Handlungsreisende und Homeworker – sie alle nutzen einen Datenzugriff außerhalb des geschützten Firmennetzwerkes. Ein nicht überwachtes Endgerät kann so bei falscher Anwendung zu einem Risiko werden. Vodafone präsentiert – für den optimalen Schutz auch außerhalb des Firmennetzwerkes wird die VPN-Lösung jetzt um den Vodafone Secure Remote Access Service erweitert. Mithilfe eines Software-Clients auf dem Mitarbeiter-Laptop wird die Sicherheit des Gerätes zentral und firmenintern überwacht. Dies garantiert jedem Mitarbeiter auch außerhalb des Büros einen optimalen Schutz im Netz. Denn bei Sicherheitsproblemen auf dem Laptop verhindert die Software einen Verbindungsaufbau zum internen Unternehmensnetz. Der Administrator wird informiert und kann so den Mitarbeiter verlässlich bei seinen Tätigkeiten außerhalb der Firma unterstützen. Wie unterstützt Sie VSRA? VSRA bietet eine Überwachung des Sicherheitsregelwerks. Der auf dem Laptop installierte Virenscanner wird auf Aktualität überprüft und die Firewall kontrolliert. Entspricht der Status nicht dem Regelwerk, werden die zwischen dem Kunden und Vodafone vordefinierten Aktionen durch die Client-Software ausgeführt, zum Beispiel Alarmmeldung, Trennung der Netzverbindung, Neustart. Es besteht die Möglichkeit, Nutzerlizenzen zu verwalten und die Sicherheitseinstellungen der mobilen Nutzer zu managen. VSRA sendet ausführliche Reports über die Company-Remote-Verbindungen und über die Überwachung der Sicherheitsregelwerke der externen Laptops. Sie erhalten eine Information, welche Netzzugangstechniken in Homeoffices und für mobile Mitarbeiter vor Ort zur Verfügung stehen. Die VSRA-Client-Software stellt die Datenverbindung zum VPN dabei automatisch her. VSRA bietet zudem globale Internetzugangspunkte über einen Roaming-Dienst an. Dieser ermöglicht es, sich in über 150 Ländern sicher ins Internet einzuwählen und eine Verbindung zum Unternehmensnetz herzustellen. Ebenfalls bietet die Zugangssoftware alle im Ausland verfügbaren Breitbandzugänge zur Auswahl an. Das erweiterte Sicherheitssystem durch VSRA von Vodafone schafft Sicherheit auch außerhalb des Firmennetzes. Für ein effizientes, kostensparendes und sorgenfreies Arbeiten auf der ganzen Welt. Denn Kontrolle ist die beste Sicherheit. VSRA – Kommunikation in Ihrem Business ist unser Business.